Hallo Leute und hier sind wir wieder beim Schatz Nummer 10 und ich hoffe wir sind wir somit auch fertig mit der Wild-Ummünnis. Wenn ich noch mal, es werden 10 sein. Na ja, Leute. Ja, finde auf der Karte Kaktus, Kaktus, Stein, 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 Schatz. Ich habe mich schon mal gesucht. Er ist nämlich da. In der 6. Da gehen wir ja jetzt mal hin. Ungefährung, weiß nicht drauf. Ich denke mal, da kommt vielleicht dann noch ein. Reiten wir diesmal hin. Ich habe kein Lübchen zu laufen. So. Ich möchte da hin. Natürlich brauche ich auch noch die großen kleinen Monster, mal sehen. Nur wie diese sind. Ich rieche Schätze. Da ist noch ne, nicht. Genau auf den Stein. Hinterher merke ich, dass ich nicht mehr... Ich glaube. Pils, 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 Schatz. Pils, 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 schön. Pils, 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 Pils. jetzt ist die schatz naja eine sache wurde hin gut ist wie ein menn menn So, wir steigen mal ab. Ich denke mal, das wird hier irgendwo sein. Na, sag ich doch. Cool. So, Leute. Die Kirchenhaut. Pils, Pils, Pils. Schatz. Ja, wir haben alle Schütze. Naja, wird es wahrscheinlich in jedem Szene gehen. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.